Guten Tag, mein Name ist Daniel Benden. Ich leite die Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie am Asklepios Klinikum in Harburg. Der Schwerpunkt der Abteilung liegt klar auf den gastroenterologischen Erkrankungen, also von Magen, Darm, Leber und Bauchspeicheldrüse. Das beinhaltet sowohl die endoskopische Diagnostik und Therapie, also alles, was mit Spiegelungen zusammenhängt, als auch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und ein besonderer Schwerpunkt bei uns sind die Erkrankungen der Leber, insbesondere die Leberzirrhose und ihre Komplikationen.